ja hallo und herzlich willkommen meine freunde der macht zu einem weiteren video von lego star wars die komplette saga episode 5 die rückkehr der jedi äh episode 6 die rückkehr der jedi arbeitet und die zukunft der galaxis sieht zunehmend düster aus auf tatooine ist luke skywalker in der gewalt von jabba der hatt zusammen mit han solo chewbacca und prezesse leia. jabba bringt seine gefangenen über die dünnen tatooines zur großen grube von karkun wo sie an den geschrecklichen salak verfüttern will. doch selbst mit der unterstützung von boba fett hat jabba die kräfte eines jedi deutlich unterschätzt. das war schon der fehler am anfang. da sind wir schon drei po und r2. jetzt zeigt mal den salak ok ein paar sprungübungen genau so funktioniert das da haben wir schon klug ich bin weil hier unten sie mir im nächsten salak seht ihr den hier unten das war schon nächsten man hat jedes Mal ein Tier angeschossen und sagt wir machen jetzt einfach weiter, den Besiegschütten sohle ich ja dort später. Ok, den Schuss habe ich nicht von gesehen. Ah, guck mal, hier, jetzt können wir lieber ballern. Das brauche ich, ah. Das heißt, das andere war unnötig, ok. Kommt jetzt schon Bobi bauber? Ok, das ist ein klassischer Schuss von Bobi. Geil! Warum treffe ich den nicht? Au! Au! Weee! Zickzack! Ey, in den Saalab mit dir! Der Saalab hat dich lieb! Das ist nochmal ein... Der Saalab mit dir kommt dann jetzt eine Nose. Das war alles, was wir hier machen können. Der hat da dritte Oma. Der dritten Oma. Der dritte Oma. Der dritte Oma. Der dritte Oma. Der dritte Oma. Was? Alles klar Luke, spring einfach mal in den Tod Ich weiß nicht, wieso ich da so schlecht bin Okay, ich darf nicht springen Oh man Für mich wird das reichen, ich brauch's nur für die anderen Ich hab' ich einfach reingepackt Aber halt, das war doch da oben Ein schwarzer Fehler, jedes Mal, ich vergesse, jedes Mal, dass der letzte rum ist Jetzt nehmen wir den blinden Horn Solo Luke 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 Warum bin ich jetzt da runtergefahren? Habe ich schon mal gesagt, dass die Gegner nerven? Ich bin froh, dass die endlich weg sind. Was brauchen wir, blau? Das ist lustig, man kann einfach weiter drehen und die Tür geht trotzdem auf. Lustig bzw. dumm. Ach, das ist halt Lego. Er behauptet, Lego sei schlau, der täuscht sich. Oh, okay. Oh, wir haben 3 PO. Ich hab' getötet, Leute. So, das musste sein. Was schieße hier? Ah, Strom fällt. Okay, wen brauchen wir? Wir brauchen den einbeinigen Banditen ohne Arme. Er hat sein Bein und seine Arme verloren. Mein Wider. Er ist gut, aber der, der hat sich. Ich kann mich auf dem, der da sein. Ich kann mich auf dem, der Daher geschmeckt. Ich bin froh, wie sieht man das? Ich bin froh. Ich bin froh, wie sieht man das aus. Ich bin froh, wie sieht man das aus. Ich bin froh. Okay, wieso das jetzt geht? Keine Ahnung. Haben wir auch schon wieder Harren Soller. Wir bauen uns eine richtige Dance-Party. Okay, Leute? Wir müssen das bauen gerade, weil sonst würden wir das immer nicht schaffen. Oh, fuck! Ich war mir nie sicher, ob ich auf die anderen drauflaufen darf, aber dadurch, dass es Harren Solo macht, wird das schon gehen. Ja, okay, es geht. Aber man muss schnell sein, okay? Eigentlich würde hier jetzt Musik laufen, aber die musste ich leider ausstellen, ausrechtliche Gründen. Das war so, dass ich auch alle töten. Oder wie unendlich viele? Warte mal, das ist... Halt, sie müssen auf die Tanzbühne genau. Und ich täte da vor allem, da war ein Land, geil. Gut. Oh, das geht aber schnell. Das ist leider nicht mal drei Sekunden. Chip. Darum wäre erst hier im Wettbewerb und in clutchh preferen. Was Kaputt machen könnte, verstehe ich zu auch nicht. Oh mein Gott! Geh! 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 was wieder alle arbeit und wieder alle wieso stirbst du immer auch zu sterben wenn ich da mal hinter 1 2 das erste wird eröffnet die zum salat zum salat gehen habe ich gehört ist echt schön das salat hat euch leute so wie auch oberfett zum fressen gern oder irgendwelche sturmtruppler prinzipiell sie setzt sich okay das war richtig irgendwie das habe ich hier eine leiter treppe leiter so müsste vor zurück die 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 vor der freundsen salat weil ich immer noch zu fressen gern hat Ah, alle Tamsala. Immerhin ist jetzt eh das Level Ende. Du, Gleier, lass mich durch! Ich block das, ey! Und geschafft! Und damit ist auch dieses Level geendet. Und schau, welche Charaktere wir freischalten. Level abgeschlossen, freies Spiel freigeschaltet. Wir bekommen Lando als Palastwache, Prinzessin Lea als Sklaven. Okay, und das war's. Wir kriegen noch ein bisschen Geld und einen goldenen Stein 35. Cool. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen und aktiviert auch gerne die Glocke. Ihr findet jetzt oben links gerade noch das neueste Video auf meinem Kanal, von YouTube ausgewählt. Unten links findet ihr noch die Playlist zu dieser Lego Star Wars, die komplette Saga-Projekt. Und rechts findet ihr noch meinen Kanal, wo ihr auch gerne kostenlos abonnieren könnt. Und bis dahin dann erstmals. Servus!